Vor zwei Jahren habe ich meiner Mama versprochen, dass ich ein guter Sänger werde. Ein guter Sänger sein ist für mich das Schönste und das Schwerste zusammen. Ich bin einer der Jungen, die im Chor der Sixtinischen Kapelle singen. Wir singen für den Papst. Ich muss auch in der Freizeit oft an den Papst denken. Eigentlich weiß ich immer, in welchem Land der Papst gerade ist. Wir haben dieses Jahr eine Privatort jetzt mit dem Heiligen Vater. Und ich dachte, ich organisiere in diesem Jahr einen schönen Dialog zwischen der Solostimme eines Knaben und dem Chor. Die Lehrer haben mich als Solisten ausgewählt. Und seit heute weiß ich, dass es ein Solo für den Papst wird. Misericordium Tum und ich bin einer der Schwerste, der sich mit dem Heiligen Vater. Wenn ein Musikstück von einem Knaben vorgetragen wird, drängt die Stimme in dich ein. Sie bricht dir das Herz. Untertitelung des ZDF, 2020